Boah, ich hau mich weg. Es ist der 15. MKW Cup und ich sitze hier bei 38 Grad und mir schwitzt alles kaputt. Ich falle gleich um, ich bin ausgedörrt, ich muss gleich was trinken. Ich habe mir eben Eis gemacht, das werde ich auch jetzt verputzen noch. Aber darum geht es nicht, denn es geht in diesem Infovideo um den 15. MKW Cup, der am Freitag, dem 2. August stattfinden wird. Also genau in Mittwoch und drei Tagen. Wer Bock hat dabei zu sein, schreibt sich unter das Video, die Leute, die neu dabei sein möchten, die ich noch nicht kenne, schreibe mir an FC zusätzlich noch hin. Bei den alten Leuten, also bei den alten Füchsen, die hier wöchentlich dabei sind, da habe ich noch den Überblick. Deshalb, ja, einfach am Freitag um 20.30 Uhr geht es los. Um 20 Uhr gibt es den WebKicks Chat, wie gehabt, wie gesprungen, immer, jede Woche dasselbe. Ähm, ja, es gibt diese Woche auch wieder einen Gast. Allerdings steht da, glaube ich, also bis heute steht da noch nicht fest. Wer Bock hat mitzukommentieren, im Quiz dabei zu sein, der, ja, schreibt einfach unter das Video. Ich möchte dabei sein als Gast, das reicht mir schon und ich schreibe euch dann auch an. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Brille gibt es zu gewinnen. Ähm, goldenen, braunen Stil, also braune Gläser und goldenes Gestell. Ja, das ist der Preis für den ersten und das war es erstmal soweit von mir. Macht's gut, bis später und ciao. Bis zum nächsten Mal.